Hallo und willkommen zurück zu City Skylines. Dankeschön fürs Einschalten und weiter geht's mit DLC City. Ich seh gerade, der überfährt da gerade wieder alle Leute. Und die sind alle heute rot gekleidet. Oh mein Gott, das sieht immer so weird aus. Da kommen die Leute in die Stadt, da stellen die die Sachen hin. Müssen immer ein bisschen warten, müssen die rausgeladen, sind total blöd einfach. Normalerweise ist da auch Nebel, also man sieht es eigentlich nicht. Aber schon witzig, wie so die Game Mechanics funktionieren. Guck mal, da kommen auch Leute reingelaufen, ne? Guck mal. Da kommen Leute rein, die kriegen dann ein Auto und dann heißt es Abfahrt. So läuft das hier, sehr gut. Okay, wir fahren mal wieder in die Stadt rein. Wir machen immer noch fleißig Minus. Ich glaube, wir müssen uns einfach beeilen jetzt mit dem Teil, oder? Also wir müssen uns beeilen mit dem Bau der Anlage hier. Und ich glaube, wir machen mal mehr von den Dingern hier fertig. Vielleicht hier noch einen rein und so, damit das auch mal läuft. Oh, das tut mir jetzt leid, Auto. Das wollte ich nicht. Weil anscheinend braucht das mit den Fischereien schon lange. Und manche haben auch gesagt, dass noch nicht alle Bereiche natürlich ausgelegt sind. Also fertig sind, so, wenn man mal genau guckt. Das Campus hier zieht, die Campus sind noch nicht ausgebaut komplett. Aber das geht zum Teil auch nicht, weil dafür ist die Stadt einfach zu groß. Man müsste dann, wenn dann, irgendwie eine kleine zentrale Stadt bauen, wo man dann das Ganze macht, zum Beispiel. Deswegen da ein bisschen Obacht. Ich überlege gerade, ob wir die weiter zusammenschieben. Also wir können erst mal die Straße, glaube ich, auswählen. Genau, mit Alt können die dann entfernen. Wir können dann das hier rüberziehen. Wir würden so gucken, dass die Ringe halt einigermaßen zusammenpassen. Ja, so ein Dreier-Ring-Verbund ist gut. Jetzt ein bisschen höher wieder. Normalerweise geht das ja nicht. Und so weit auseinander die Farben sieht echt total blöd aus. So, und da auch nochmal einen hin. Und den verschieben wir jetzt auch nochmal zur Seite. Und dann haben wir doch drei super krasse schnuckelige Farben. Ah lol, jetzt ist hier eine Straße dran. Okay. Dann machen wir so, glaube ich. Ja, das ist gut. Weil da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr Zeug. So, mit Move it. Steuerung. Ne, warte, erstmal weg. Steuerung. Shift. Warte. Alt. Mit Alt wählt man das aus. Und dann einfach entfernen drücken. Dann könnt ihr die Straße von fertigen Gebäuden entfernen. Dann gehen wir hier ein bisschen tiefer. Genau wie da. Und da machen wir eine normale Straße dahin. Und normalerweise würden die so nah nicht nebeneinander passen. Muss man echt sagen. Deswegen ist das echt cool. Ja, das läuft jetzt auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt hier vorne sehr, sehr viele haben. Aber mit Move it kann man die relativ nah beieinander packen. Und jetzt machen die, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen mehr Kohle. So. Kommerzielle Guter. Fischfabrik. Ich habe ja gesagt, dass ich hier am liebsten noch irgendwie ne Autobahn oder so hätte. Aber das Problem ist einfach auch, wir haben gar kein Geld. Wir haben kein Geld. Ich bin ja mal die Wirtschaftsfenster da durchgegangen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, woran das liegt, dass wir so wenig verdienen. So. Wo ist denn das Problem auf einmal? Oh, das habe ich auch richtig schön gelöst. Den da mit dem Stein und den. Das war echt toll. Das hat Spaß gemacht. So. Und kann man hier zum Beispiel hochgehen jetzt? So, vier. Ja, sechs ist schon sehr knapp bemessen. Aber wenn wir das Ganze, dieses Snapping mal ausmachen. Ich wollte jetzt noch eine Straße rüberführen. Obwohl da schon sehr, sehr viele Kreuzungen sind an der Stelle. Aber ich glaube, das könnte funktionieren. Dann wieder rein, dass wir so ein gerades Ding haben. Gerades Ding. Und dann auf Null. Und fahren dann da drunter her. Wow. Und schon sind wir da wieder, wo wir hinwollten. Sehr gut. Wir fahren jetzt nochmal hier lang. Warte, erstmal gerade. Biegen dann fleißig ab. Im Bogen von der Schiene. Oh, das passt gut. Oh, das ist sogar sehr gut geworden. Und dann müssen wir nur noch die Straße da rein machen. Muss ich jetzt einmal weg machen. Hin machen. Wieder rein machen. So. Ah ja, ich glaube, ich habe davon erzählt, dass ich quasi einen neuen Prozessor bekommen sollte. Allerdings. Habe ich jetzt quasi einen 5000. Also einen Ryzen 5, glaube ich. 5700 X bekommen. Ne, gar nicht. 5800 X. Genau das war der. Der ist aber schlechter als mein Momentaner. Deswegen wollte ich den gar nicht einbauen. Ich habe den 5700er X, glaube ich. Ach, was weiß ich. Also es gibt. Ne, gar nicht. Ich habe den 3900 X. Und ich habe jetzt den 5800 X hier liegen. Und der ist halt schlechter als der 5. Mein Gott, das ist so hin und her. Soll ich mal gucken, ob ich eventuell ein, jetzt kommt es wieder, ein 5900 bekommen. Aber schauen wir mal. Und dann kann man hier auch mal gucken, ob das dann noch besser läuft, das Spiel. Also das Spiel ist wirklich arbeitsspeichertechnisch sehr lastig und natürlich auch je nach Größe und Anzahl der Modifikationen auch sehr arbeitsspeicherlastig und CPU-lastig letztendlich auch. Deswegen würde es, glaube ich, da ein bisschen Sinn machen. So. Jetzt aber. Hier noch ein Haus hin. Wird nichts bringen, weil das sehr laut. Machen wir das dahin. Das ist, glaube ich, gut. Geschäfte können an der Stelle spreaden. Und auf der Seite sind, glaube ich, schon Gebiete. Da sind richtig viele Gebiete, ne? Ich überlege gerade, was hier fehlt, effektiv. Also eigentlich fehlt so eine Art Industriegebiet, so ein normales noch, ne? Für Güter. Aber irgendwie, okay. Oh, da ist ja auch noch eine Straße. Ah ja, stimmt, das fährt da hoch. Okay, cool. Dann machen wir das hier nochmal gerade und lassen hier nochmal schön neben der Schiene so eine Straße langlaufen und gehen dann runter auf die Hauptstraße, verbinden das hier noch einmal. Ja, sieht gut aus. Und können dann von hier nochmal so ein bisschen Straßenspreading machen. Überlege ich gerade noch was, was noch generell hier drin war, in dem Gebiet. Also in Sunset Harbor, außer jetzt die Busse und der neue Flughafen, also der große Flughafen, den gibt es ja auch noch. Den, also den würde ich jetzt hier ins Gebiet nicht reinbauen. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir den überhaupt bauen. Also der ist halt da, aber der ist halt schon geil, ne? Nur der ist halt super groß, super teuer. Und da muss man echt mal gucken, ey. So, jetzt mal nochmal hier verbinden. Zack. Und ich lese auch oder ich habe auch öfter mal von euch Leute im Livestream, die dann immer fragen, wann denn immer City Skylines im Livestream läuft. Jetzt gerade, muss ich ganz ehrlich sagen, läuft City Skylines gar nicht im Livestream, weil momentan so ein großes Minecraft-Projekt läuft. Da bin ich jetzt gerade voll drin. Und jetzt bald kommen ja auch noch sowas wie Cyberpunk raus. Das will ich unbedingt spielen. Und PS5 habe ich noch viel gespielt. Also verhältnismäßig jedes Spiel mal so ausprobiert. Dann habe ich auch noch die Xbox. Auch noch ein paar Spiele drauf. Also das spreadet gerade. Also man ist immer hier, immer da mal dran und auf jeden Fall immer sehr, sehr gut oder großräumig geteilt. Ist zu wenig Wasser da wieder? Da die Gebäude sagen Wassermangel, obwohl wir genug haben. Und wir ziehen ja hier aus dem Klär, äh, aus dem Überlaufbecken. Ich glaube, wir ziehen hier auch noch mal, damit wir auf der anderen Seite was haben. Das war irgendwann Buggy gewesen. Ist mir auch aufgefallen. Warte, ich mache das hier hin, weil hier schön tief ist, glaube ich, das Wasser. Also wenn die Stadt sich über mehrere Kacheln verteilt hat, gerade über so mehr als die standardisierten neun, dann wird immer ein Problem manchmal. So. Verbunden. Und wie viel Wasser haben wir jetzt? Ah, jetzt haben wir auch wieder ordentlich. Und hier ist jetzt auch alles zu. Oder man hätte jetzt hier den, den einen oder anderen Wasserturm einbauen sollen, ne? Komm. Das passt genau dazu. Wasserturm, wo bist du? Der hätte aber einer mal Bescheid sagen können, ne? Hat fast. So, Wasserturm am Start. Und, ähm, hier die Leitung hinweg. Wenn ich sie finde, Wasserleitung. Hier die, genau. Großer Wasserturm. Da das meinte ich, war so ein Paradoxon, ne? Paradoxon. Man hat auf der einen Seite Sachen für Wasser und auf der anderen Seite haben wir Wasser, äh, Reinigung und Wasserbesorgung für Sachen, wo kein normales Wasser ist. Also das passt irgendwie nicht zusammen auf eine Art. Aber machen wir mal da einen Wasserturm hin, ne? Und hier vielleicht auch noch eben. Ach, da ist ja schon einer. Lol. Hör mal, der ist aber laut, ne? Der ist laut. Der ist laut, ist egal. Machen wir hier noch einen hin. Ich hoffe, da geht's mit der Verschmutzung, man. So. Wasserturm 1, 2 und hier ist der dritte. Der sieht nämlich viel schöner aus, weil da noch ein paar Blümchen rum sind. Hier die Ampel ist rot. Tschüss, Ampel. Da kommt die U-Bahn. Ober-U-Bahn. Boah, ich muss sagen, der Stadtteil gefällt mir aber auch sehr cool. Also ich finde den sehr schön. Gerade auch, weil hier diese Schrägen drin sind. Dieses Bergab und so. Und hier ist die einzige richtige Zuleitung zur Stadt gefühlt, weil da so unglaublich viele Autos herfahren. Hier fährt jetzt mal so ein, zwei Autos her, aber das ist halt nicht viel, ne? Und hier ist jetzt bereit für mehr Gebäude. Und wo wir gerade bereit waren, ich glaube, hier mache ich so ein paar Bürogebiete hin und Verkaufsgebiete. Also Gewerbe und Büro kommt hier hin. Dann nehmen wir jetzt auch mal Straßen mit. Ne, wir nehmen normale Straßen, weil diese grünen Straßen, ah, die hätte ich auch nicht benutzen dürfen, ne? Obwohl doch, die gab es schon immer, ne? Das wäre jetzt Quatsch gewesen. So. Und da rein machen wir zum einen mal ein paar Parkplätze. Weil die haben wir auch schon immer in dieser Stadt gehabt. Ah, wir haben keine Parkplätze. Dann haben wir die wohl nicht in dieser Stadt gehabt. Doch hier. Parking Lot. Ja doch, das richtig. Zack. Ah. Das sieht immer so doof aus. Warte. Simulation wird verlangsamt. Mein Gott. Das ist halt auch so. Hey, da sind Parkplätze. Flatsch drauf. So, neue Gebäude. Bürogebäude. Ich glaube, das fehlt hier in dem Bereich, oder? So ein paar Gebäude, wo die arbeiten können. Die können natürlich auch unten am Hafen arbeiten. Aber hier so mittendrin wäre, glaube ich, auch geil. Und hier die Hauptstraße lang nehmen wir auch mal. Ja, das ist gut. Und hier vorne an der Ecke noch. Das ist auch gut. So, jetzt haben wir da ein paar Bürogebäude. Da auch. Ja, Bildung haben wir sowieso in der Ecke. Das haben wir fertig. Da fehlt es wieder am Wasser. Warum? Und an Müll. Oh, und an Krankenhaus. Wir haben aber ein Krankenhaus. Ist das die Bürgergesundheit? Kinderbetreuung am Start. Ist natürlich sehr, sehr wenig. Altersheim am Start. Bestattungswesen ist auch da. Gesundheitswesen, Verfügbarkeit ist auf jeden Fall auch am Start. Vielleicht noch eine Tour und Fitnesszahl. Aber die ist teuer. Die kostet 2.700, 400, ne? 1.200. Ein Yoga-Garten. Aber ich darf solche Sachen ja gar nicht verwenden, wenn die nicht aus dem DLC sind. Außer man nimmt hier sowas. Allgemein, Krankenhaus, Krü-Konservatorium und medizinisches Labor. Das sind so Creator-Packages. Die kann man halt auch kaufen. Ich glaube, da kostet immer so ein Creator-Package ein Fünfer. Wobei man dazu sagen muss, normale DLCs sind halt auch nicht so krass teuer jetzt, ne? Also jetzt, wenn man die keine Ahnung bei Instant Gaming oder so holt oder MMO gar, da kosten ja auch 3 bis 6 Euro. Da kann man mal zuschlagen. So, wo wir gerade über zuschlagen sind. Hier, den machen wir dann hin. Obwohl, es sind schon einige da, ne? Aber neben dem Kinderkrankenhaus noch ein japanischer Garten ausgezeichnet. So, hier wächst einfach nichts. Ich bin begeistert. Die Anlage hat gar keinen Strom. Ich bin auch begeistert. Und jetzt machen wir nochmal schneller. Jetzt sind wir Wohngebiete gefragt. Wohngebiete sind hier. Ich mache mal hier noch Wohngebiete hin, damit man in die Richtung baut, wo das, wo der Bahnhof ist. Sprich, da können dann Leute einziehen. Und um den Bahnhof rum machen wir das. Ich glaube, sonst ist das, also das ist sonst echt zu laut, glaube ich. Da will keiner wohnen. Das ist nicht wie in Berlin, wo man direkt neben der Bahnstrecke wohnt. Kennt einer das? Wohnt da einer? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. So, das sind noch zu. Fehlt aber irgendwie noch so ein Übergang, ne? Die müssen halt immer so, ich glaube, obwohl die können auch da herlaufen. Oder man macht hier einmal hoch und da wieder runter. Ich glaube, das ist cooler. So, momentan passiert halt nichts, weil da kein Strom ist. Alles geht halt nicht. Oh Mann, wir haben gar kein Geld mehr. Fast bei 14 Millionen. Wir müssen uns beeilen, Leute. So, fangen wir an mit hier oben. Ich glaube, mit 8 kommen wir da drüber. Nicht mit 10 kommen wir da drüber. Auch nicht. Krass, dass das auch nicht so einfach geht. Okay, dann nehmen wir Steuerung A. Alles gut, dann nehmen wir doch 8. Der rote Vogel. Gibt es da nicht bei Worms? Bitte kommen. Roter Vogel. Ich weiß nicht. Und der große Vogel sagt er, glaube ich, ne? Ich weiß es doch nicht mehr. So, dann gehen wir runter. Ich habe noch Worms 1 gespielt mit den Strichmännchen. Das war noch basic, ey. So krass basic war das einfach. So, das sieht gut aus. Hier diese Ruckler, meine ich. Ich glaube, die habe ich erst seit der CPU. Aber nur in dem Spiel. Alle anderen Spiele laufen Bombe. So, dann gehen wir nochmal hier rüber, wo wir gerade bei Laufen sind. Lassen wir die Leute mal hier rüber laufen. Und dann einfach hier runter. Sieht gut aus. Und man sieht auch schon, die ersten Leute laufen hier rum. Finde ich geil. Nur es zieht noch keiner ein. Selbst hier die Bürogebäude, ne? Die wachsen so langsam einfach. Und was ist hier los? Kranke Bürger. Da kommt gerade ein... Warum nehmt ihr die denn nicht mit? Der Boden ist verseucht. Weshalb der Bürger übelt ist. Der Boden ist verseucht? Warum? Hä? Warum ist denn da der Boden verseucht? Kann doch gar nicht sein. Ne, jetzt mal im Ernst. Warum ist denn da der Boden verseucht? Vielleicht brauchen die mehr Bäume. Genau. Eine Million Bäume gesetzt. Check. Hat jemand in die Kommentare geschrieben. Fand ich gut. Hier habt ihr mehr Bäume. Die ziehen die Gifte aus dem Boden raus. Ne, aber jetzt mal ganz im Ernst. Hier ist nichts, was Verschmutzung verursacht, oder? Da, der Arzt hält und geheilt. Ja, vielleicht auch nicht, weil man weiß es nicht. Okay. Krankenhaus ist da. Ja, Feuerwehrhaus. Krankenhaus ist hier, ne? Wohl so gut einfach. Die können da direkt hinfahren. Ich glaube, hier muss ich aber immer mehr Krankenhäuser machen, ne? Krankenwagenverwendung, 28 von 30. Okay, noch eins. Fischer bekommen den Häusern wohl nicht so gut hier. Hä? Hier ist überall der Boden verseucht? Verstehe jetzt mal voll nicht. Wir schauen mal. Die Bürger sind aufgrund schmutzigem Trinkwasser krank. Oh! Achtet bitte darauf, dass ihr diese Türme nicht im Industriegebiet stehen habt. Ich dachte mir gerade schon so, ah, ob das was ausmacht, anscheinend wohl schon. Äh, krass. Komisch. Alle Bürger sind tot. Mh. Da mache ich die am Flughafen. Flughafen ist doch easy, oder? Ist doch clean. Darf nur keiner gegenfahren. Fliegen. Hier mache ich einfach hin. Flughafen ist eh laut. Machen wir mal so vier Stück an der Stelle. Sind nicht so gut in der Landschaft integriert, aber die Bürger sind hoffentlich dann gesünder. Krass. Das war's. Wie heftig ist das denn, bitteschön? Boah, mein Gott. Guckt euch das an. Das hatte ich ja noch nie. Oh, falscher Knopf. Unsere Bürger sind alle krank. Das wird ein geiles Thumbnail. Look at this. Hammer. Da wird übrigens mein Thumbnail-Programm wieder up-to-date. Das heißt, ich kann ihn wieder vernünftig machen. Mann, Mann, Mann. Und auch regelmäßig, hoffentlich. So, das war jetzt aber interessant auf jeden Fall. So, man denkt, so was ist denn da los? Keiner zieht ein. Und alle sind einfach krank. Super krass. So, kennen wir doch, ne? Überall so ein bisschen Wald hin. Ein paar Bäume. Boah, die Stefanie-Brücke ist zwar okay, aber da passiert nicht so viel, ne? Die ist halt super klein. Also, wirkt zumindest klein. Und da fahren auch immer die Autos drüber von dem Recyclingzentrum hier. Large Recyclingzentrum. Und den Bürgern geht's wieder gut. Schon mal gut. Okay, alles klar. Danke fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht, ob ich das lass. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht, ne? Wenn die jetzt einfach gesund sind, dann geht's. Komm, machen wir weg, das ist einfach nur teuer. Wir müssen Geld sparen. 170.000 Einwohner und Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.